Märchenhafte Weihnachten in Hanau. Erleben Sie bis zum 22. Dezember den Duft von Glühwein, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Ein Neher von Lichtern, festlich geschmückten Holzhäuschen und besinnliche Musik bringen Sie in Weihnachtsstimmung. Bestaunen Sie bis zu 5 Meter hohe, zauberhafte Leuchtfiguren in der Innenstadt. Finden Sie in über 300 Geschäften, auf dem Künstlermarkt im Kulturforum oder auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus Geschenkideen für Ihre Lieben. Der Hanauer Weihnachtsmarkt. Hanau erleben.